Die Fastenzeit ist ja eine Reinigungszeit. Bei der äußerlichen Reinigung ist es allen klar, das weiß jedes Kind. Wenn du gesund bleiben willst, wasch dir die Hände, damit Viren und Bakterien keinen Platz haben. Putz dir die Zähne, geh duschen. Bei der inneren Reinigung ist das gar nicht so populär. Warum eigentlich? Bei allem, was wir täglich in uns hineinstopfen und es ist allen klar, wie viele Zivilisationskrankheiten was mit Ernährung zu tun haben, da ist das eigentlich das Gebot der Stunde. Einfach mal aufhören, ständig was Neues nachzuschieben, leer werden und dann spülen, spülen, spülen. Damit die Selbstreinigungskräfte und die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder anspringen und damit die Seele wieder fröhlich wird. Denn nachweislich, Darm und Psyche haben einen engen Zusammenhang. Das ist Reinigungszeit leer werden, damit das, was dem Leben nicht dient, rausgeschickt wird. Sodass alles Gute dann spätestens an Ostern wieder blühen und gedeihen kann und wir fröhlich unseren Weg ziehen. In diesem Sinne, eine erquittliche Fastenzeit. Jochen Graf Sonstazified In diesem Sinne,int lica Perfüllen